So und damit willkommen zur letzten Folge Super Mario Maker 1 Level Per Day. Heute heißt es Hard 10 Seconds und ja, am 5.1. geht Mario Maker erneut zu Ende. Es sind keine Level mehr da, beziehungsweise würde sich das Ganze jetzt von den Spielen her oder von den Leveln der Einzelnen wiederholen. Das heißt, ich habe keinen Nachschub. Ich warte wieder ein Jahr, mal gucken, ob ich dann Nachschub habe, ob ich Nachschub habe und ja, ich würde sagen, wir genießen jetzt das letzte Level von Nom 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 und ja, Abschlussrate ist entsprechend 11,96%. Hard 10 Seconds und wir schauen mal, ob ich das hinkriege. So schon mal nicht. So auch nicht. Wir machen es nochmal anders. So sieht schon besser aus, aber auch noch nicht. Wie krass, dass da welche sterben. Ah, da könnte ich drüber doppelt springen, also. Achso, ne, da muss ich auch nochmal landen. Dann funktioniert es auch. Was? Was zur Hölle? Ich muss da oben lang, aber irgendwie. Ach, komm. Reagier doch, wenn ich springen drücke. Mann. Das kannst du dir dann auch sparen, Mario. Was mache ich da? Was mache ich da zur Hölle? Oh, 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 oh. Ich muss da unten in die Tür rein, okay. Bam. That was the grand final of Super Mario Maker for the Nintendo Wii U. Ich bedanke mich ganz herzlich an nom 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 für die Einsendung des Levels. Es waren harte 10 Sekunden, da gebe ich recht, aber... Joach, 6,75 ist der Rekord, ist klar. Ihr mich auch. Ich sage bis demnächst und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020